Hallo, da sind wir wieder. Wir, die Familie Hoffmann vom Restaurant Schula am Weißensee. Im Sommervideo haben wir schon viel von uns erzählt. Nun schauen wir uns an, was im Winter bei uns los ist. Sonne, Eis und Schnee, das ist das, was wir ausreichend haben. Unser wunderschöner See und unsere Bergwelt bieten dabei eine große Bühne für unsere Gäste, zum Beispiel der Eislaufsport. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, jung oder alt, unser See ist einfach ein Eislauf-Eldorado. Das erfreut natürlich ganz besonders die vielen holländischen Gäste, die seit vielen Jahren ihre sportlichen Wettkämpfe bei uns austragen. Ihr wisst ja, unsere zentrale Lage direkt an der Brücke mit den vielen Parkplatzmöglichkeiten ist der ideale Treffpunkt für einen Einkehrschwung, um sich zwischendurch zu stärken. Egal ob Eis oder Schnee, auf unserer Sonnenterrasse wird euch immer warm, mit Sonne, aber auch ohne. Und auf gesundes Essen legen wir sowieso größten Wert. Unser Küchenteam ist momentan mitten in den Vorbereitungen. Aber vorerst gehen wir noch wandern. Da habt ihr einige Möglichkeiten. Beim Schneeschuhwandern erhalten wir eine intensivere Wahrnehmung zur Natur rund um unseren Lebensraum. Hier kennen wir uns aus und wandern gerne mit unseren Gästen mit. Gleich neben unserem Restaurant ist der Ausgangspunkt unserer Panorama-Läupe. Da könnt ihr unser einzigartiges Naturparadies erkunden. Kilometerweite Langlaufläuben sorgen für ein einzigartiges Lebensgefühl. Nach so vielen sportlichen Aktivitäten nun zum Kulinarischen. Wie ihr wisst, legen wir großen Wert auf frische, regionale Produkte. Denn... Das bedeutet für unsere Gäste gesunde Ernährung. Gut bürgerlich und bodenständig. Wir haben für alle Geschmäcker das richtige Rezept. Weil nach so viel Naturgenuss muss das Essen einfach passen. Unsere Gasträume bieten heimelige Nischen. Hier findet jeder seinen persönlichen Platz. Und wer unsere Einheimischen auch verstehen will, der gesellt sich einfach zu unserem Stammtisch. Beim Essen und Trinken kommen die Leute zusammen. Nicht nur aus Deutschland kommen unsere vielen Stammgäste, sondern auch... Aus Holland, aus Italien und auch unsere heimischen Gäste genießen unsere wunderschöne Landschaft und freuen sich jedes Mal bei uns zu sein. Und dazu bieten sich unsere zwei Wohlfühloasen an. Im urigen Elternhaus oder in der komfortablen Apartmentanlage im Auenbach. Der Ausblick vom Auenbach vermittelt euch unsere wunderschöne Bergwelt rund um unseren See und die vielen weiteren Freizeitmöglichkeiten, die beim Restaurant Schula ihren Ausgangspunkt nehmen. Das Brotgeheimnis unserer Oma im Elternhaus. Das schauen wir uns noch genauer an. Seit Generationen wird hier mit natürlichen Rohstoffen und eigenen Rezepten schonend unser schmackhaftes Bauernbrot für die Gäste gebacken. Da ist viel Handarbeit nötig, aber unsere Oma hat viel Geduld und da vergehen einige Stunden, bis das Brot in unseren Holzofen kommt. Mit einer guten Schulerjause, natürlich mit unserem traditionell selbstgemachten Speck nach Weißensee-Art, verwöhnen wir unsere Gäste in geselliger Runde. Alle Infos auf www.schula-weißensee.at 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 www.schula-weißensee.at